Es ist immer so schön ruhig. Ich küsse und küsse und lege immer seinen Arme, seinen Kopf und mein Schoß. So süß. Es ist so groß und schön und störtlich. So ein schöner Geist und es stinkt gar nicht. Tschüss. So ist gut, wie er immer noch bekommt. Und noch nie so schöne Geistbocken. So schön lange wartet. Die anderen, die haben die Locken und die anderen wachen. So schön. Bäh! Der ist so ruhig. Ich küsse. Bäh! Die anderen, die sind die anderen. Töster. Töster. Tschüss. Töster. Töster. Nau designed tome so projects. Und ihren lebens righteous. Töster. Sop. Der hat nicht nur zwei neue Baby Fertig ihren Ohren darf. Fertig, freue mich. . Da kommt das Bad. Ich habe zuerst noch geschaut. Jetzt so. Herr Bock! Das ist ein grosser Bock. Wir haben noch nie so einen grossen, schönen gehabt. Der ist ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, der hat gerne. Das ist so ruhig. Das dauert jetzt zwei Monate hier. Er macht Babys. Ja, ja. Gell, Bocki? Jedes Jahr haben wir einen Bock. Und dieses Jahr haben wir ganz einen grossen, ruhiger. Ja, so süß, he? Bocki, he? Und der stinkt auch nicht so fest. Ganz ein Hübscher. Tschüss. Ich kenne zwei Jahre lang. Ich schaufe. Und dass ich ganz ruhig bin. Und das war dr väldigt schön. Das war mehr arriba. Ich liebe das. Ich habe den ganzen Tag. Der war geschaut. Ich bin jetzt noch unten. Ich bin einfach hier. Ich bin ganz öfter. Wir gehen aber nicht durch, oder? Joe! Joe! Ich hab's! Jetzt geht's los! Passt nicht! Sieht fast aus wie ein Film! Und der ist so schön ruhig! Hoi Bocki! Und der liegt schön für die anderen! Mr. Bock! Tschüss! Guten Morgen! Darf ich euch vorstellen? Das ist mein Huhn. Ich habe jetzt sechs Hühner. Und die sind jetzt an den Beinen gelärmt. Jetzt pflege ich sie immer ein bisschen. Ein- und austragen, gell? Und am Morgen kriegt sie immer Würmer. Sieben Stück oder so. Und zuerst Wasser. Wenn ich sie hinlegen, kann sie nur ein bisschen nach vorne krabbeln. Und dann geht's los! 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 Es ist ein riesiges dunkel! Es ist ein Fisch! Ein Hecht! Ich hab noch nie so etwas komisches gelernt! Und dann kann sie mehr vorwerfen! Die ist ein Schakt! So wie geht's los! Und dann kommt hinter den Schakt! Das ist die Schakt! Zum Glück! Zum Glück! Ich bin ein Schakt! Ich bin ein Schakt! Das ist das Schakt! Der Schakt! Von dem Schakt! Silvester, danke. Ja, jetzt haben wir einen großen, hier sind keine Soffegröße. Hi, Blinka, Lilla, Hanna. Hier kommt dann doch meine Schildkröße. Unterwegs sind Garten, ist jedem das Leben sonst. Oh, jetzt geht's jetzt die Blumen los. So schön, schön. So schön, ich bin ein bisschen. Ich habe schon zwei. Sehr schön. Zwei große, relativ große. Tschüss. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht das, was wir wollen. Golden eye, golden shoes. Das ist golden, das ist ja. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht das, was wir wollen. Hi, Monday morning. Dage, chill. Ich bin so warm. Ich habe schon noch einen Heiligen Pfiegegegehr. Nach das ist eine Märchung. Ich bin so warm, das ist eine Märchung. Ich bin so warm. Ich bin so warm und schraubst. Ich bin so warm. Hallo! Guten Tag! Es ist Hölle, es war so kalt und jetzt ist Himmel geworden. Paradies. Sonne und das Wetter ist gut, ich habe gefroren. . 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 Ich gehe jetzt ins Strip-Parade und das Wetter ist schön, ich freue mich. Jetzt gehe ich zunächst mal auf eine spezielle Party. Ich komme doch nicht rein unter diese Kleider. Jetzt bin ich gespannt, ich gehe noch kurz zu gucken. Jetzt bin ich heute Spanner, oder? Nein, nein, ich bin einfach gespannt, was es ist. Vielleicht wenn es lustig ist, dann gehen wir dann anders machen. Vielleicht mit der Freundin oder der Freundin. Tschüss! Nachher... Oh, wo ist es? Oh, wo ist es? Nein, gib ihm... ...zum beissen, weisst du? Ich nehme wieder rein. Cool! Tschüss! Hi, ich komme mit Grafen. Ich hatte auch Grafen Blubka für ein Geräuse. Ein Farber, das mir nicht wirklich warst. Ich mache mich nicht. Ich habe mich, aber immer noch nicht wirklich vor. Ich habe mich nicht mehr eine Art Schopenberaturalter. Ich habe mich nicht noch mehr so oft. Ich habe mich mit dir. Du luchst, das war mir zu sehen. Ich habe eine Art Schopenberatural und der Begrat fair gemacht. Ich habe mich schon mit mir, das 했어요. Ich habe mich schon mit mir geschafft. Das war mir nicht, oder? Vielen Dank. Vielen Dank.